Kann ich das absetzen oder nicht? Oder ist das für mich notwendig? Was muss ich denn machen? Wie funktioniert das? In § 3a Absatz 2 müsste das stehen. Hier ist der Link zu dem Beitrag. Wir sind eine normale Steuerberatung. Das ist ein gutes Beispiel. Herzlich willkommen an alle, die da sind. Falls ihr uns hört, heute Abend sprechen wir, wie es so ist, mit der Kontist Steuerberatung zusammenzuarbeiten. Wie so die Abläufe sind und so weiter. Wir haben heute, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhr, stellt natürlich Fragen. Also gerade alle, die jetzt Kunde geworden sind, die potenziell vielleicht Kunde werden wollen. Mandant, sagt man ja bei der Steuerberatung. Aber das heißt, wenn ihr quasi mit uns zusammen eure Steuern machen wollt, stellt wild bitte alle Fragen, die euch irgendwie einfallen. Wir gehen dann darauf ein. Wir haben aber heute dieses Mal quasi ein paar Folien auch vorbereitet, damit wir das Ganze mal ein bisschen strukturiert durchgehen. Wir beantworten aber natürlich trotzdem alle Fragen. Grundsätzlich gibt es so zwei große Themen, über die ich reden will. Einmal, was kriegt ihr von uns und einmal, was kriegen wir hoffentlich von euch. Das sind so die beiden Themen. Das heißt, was ist eigentlich in dem Angebot alles drin? Und wobei benötigen wir deine Mitarbeit, damit wir deine Arbeit machen können? Das sind so die beiden wichtigen Dinge. Einfach nur in der Agenda, einfach mal in der Übersicht erklärt. Ich habe das nämlich tatsächlich heute schon in drei oder vier Telefonaten erklärt. Was ist eigentlich im Steuerservice, Steuerberatung, was ist eigentlich alles drin? Wir haben einmal natürlich das Kontistbankkonto. Dann auf alle Fälle die Steuerberatung. Genau. Eigentlich, also diese klassische Beratung. Kannst halt an den Hörer gehen, anrufen, E-Mail schreiben und kriegst eine Antwort. Zu all deinen Steuerfragen. Das ist so, genau. Und da kommt auch häufig die Frage, was könnt ihr denn? Wir sind eine normale Steuerberatung. Also versucht es halt einfach. Wir haben einen Berufsträger da. Wir haben jetzt auch seit inzwischen schon zwei Monaten, zweimonatiges Feiertsee, Steuerberaterin und Rechtsanwältin und so. Deswegen, wir haben da schon smarte Leute, die eine ganze Menge komplizierte Fälle auch lösen können. Deswegen schreibt uns, ruft uns an, wenn ihr da irgendeine Frage habt. Wir finden definitiv eine Lösung. Ja, das ist tatsächlich das, was ich auch häufig gelernt habe. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht und dafür sind wir hier ausgebildet. Und ansonsten zerfällt so ein bisschen das, ich würde mal sagen, auch die monatlichen Gebühren und so weiter, gibt so zwei wesentliche Dinge. Wir nennen die tatsächlich intern auch. Wir wollen ja so ein bisschen auch Geschichten hinter die Kulissen angeben. Wir nennen die Teams tatsächlich auch Monthly und Yearly, weil es gibt Aufgaben, die muss man einmal im Monat machen und es gibt Dinge, die muss man einmal im Jahr machen. Genau, also sozusagen im Begriffen die Buchhaltung, die monatliche Buchhaltung. Die wollen wir auch tatsächlich monatlich machen und dann, um das Jahr abzuschließen, dann auch die Steuererklärung. Deswegen die Yearly Jobs. Ja, genau. Das ist so. Und darauf gehen wir so ein bisschen tiefer ein, was da alles drin ist, wie der Ablauf ist, das Bankkonto. Das können wir, habe ich mir so die Tage gedacht, könnten wir auch mal vielleicht nächsten Monat nochmal detaillierter vorstellen, weil da gibt es eine ganze Menge Einstellungen, die ich so steuerlich machen kann. Steuersatz einstellen, bin ich Kleinunternehmer oder steuerfrei. Und auch Grenzsteuersatz, Durchschnittsteuersatz. Und da gibt es eine viele, viele Verwirrung, bekomme ich immer mal mit, aber irgendwie haben wir da noch nicht so die eine Quelle, wo du tatsächlich, wo jemand mal erklären würde, warum das so ist, wie es ist. Wäre denn mal vielleicht für nächstes Mal. Was kann unser Bankkonto eigentlich? Und ja, anschließend, wobei brauchen wir deine Mithilfe? Über meine persönliche Vorstellung, die glaube ich kommt, über die springen wir einfach hinweg. Ihr seht mich, wobei ich kann es vielleicht ganz kurz machen, dann kannst du dich anschließend auch vorstellen. Mein Name ist Melchior, ich habe heute nachgerechnet, ich habe vor genau acht Jahren die Abschlussprüfung zu Steuerfachangestellten erfolgreich bestanden, also im Juni 2013. Ja, habe parallel aber auch studiert, habe Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung im Schwerpunkt studiert und bin eigentlich seit ewig selbstständig. Ich habe mit 17 das erste Mal gegründet, jetzt bin ich 32, also irgendwie so 15 Jahre. Davon waren sechs, sieben, acht, sechs, sieben, sieben Jahre müssten das, sieben Jahre nebenberuflich irgendwie mal mit kleineren Projekten und seit acht Jahren voll, ganz, ohne Limit. Letztes Jahr habe ich die Kontist Steuerberatung mitgegründet und mit auf den Weg gebracht und kann mich jetzt sowohl selbstständig als auch Teil der Steuerberatung. Ich habe 2010 meine Ausbildung beendet zur Steuerfachangestellten und seitdem auch durchgängig, bis ich zu Kontist gekommen bin, in einer Steuerkanzlei gearbeitet, auch tatsächlich vollumfänglich über Buchhaltung, Lohnabrechnungen, Steuererklärungen, vollumfänglich immer für die Mandate und ja, halt sozusagen Allrounder hier und dann seit September letzten Jahres arbeite ich bei Kontist. Deswegen vielen Dank, dass du das gegründet hast. Ich fühle mich hinter mir sehr wohl. Sehr schön. Ich habe parallel so ein bisschen, ich sehe das immer, ich bin so ein bisschen aus dem Bild raus, dann kann ich nämlich hier direkt deine, eure Fragen sehen. Frage, die stelle ich dich einmal. Was braucht ihr, wenn ich erst seit Oktober dabei bin für die Vormonate, wenn der elektronische Datenaustausch nicht möglich ist? Seit Oktober bist du bei uns und der elektronische Datenaustausch ist nicht möglich. Ja, das würde ich auch gerne wissen, warum er nicht möglich war, um ehrlich zu sein. Weil, also es kann tatsächlich sein, dass wenn dein Vorberater zum Beispiel DATEV genutzt haben, wir haben auch, also wir entwickeln grundsätzlich unser eigenes System und haben deswegen nicht diesen DATEV Import Export. Und das ist relativ neu, das kriegt natürlich kein Kunde mit. Wir haben inzwischen auch DATEV am Laufen, quasi teilweise parallel, weil natürlich immer auch Vormonate zu tun sind, Aufarbeiten und sowas. Und die ganzen Jahresabschlüsse für die Monate und Jahre, gerade den Fall, den du ansprichst, wo wir die Daten noch nicht in unserem System haben, weil ein Vorberater zum Beispiel die erste Jahreshälfte gemacht haben, haben wir uns DATEV quasi angeschafft. Das ist so das Standardprogramm. Deswegen, wenn wir im Oktober, November, Dezember irgendwann mal gesprochen haben und es da nicht funktioniert hat, schreib uns doch bitte vielleicht noch einmal, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir jetzt sehr viel mehr elektronischen Daten austauschen können als noch vor einem halben Jahr. Ja, und sollte das, wenn es aber nicht geht, dann brauchen wir sowas wie eine Summen- und Saldenliste und die BWA der Vormonate. Also wir gehen jetzt bei der Frage... Ja, eben, er antwortet auch, schöne Unterhaltung hier. Nein, ich habe mit Lexware Financial Office gebucht, aber auch da müsste es eigentlich einen DATEV-Export geben, weil DATEV ist das Branchenstandard-Format und keine Buchhaltungssoftware dieser Welt würde auch bestehen können lange ohne DATEV-Export. Das heißt, wenn du da alles hast, kannst du uns, und das ist wirklich seit Mai, also wir haben ja jetzt vor einem Monat, haben wir das schon mal gemacht, aber seit jetzt im Mai läuft das auch zu 100 Prozent rund. Ja, und dann wäre es schön, wenn wir einen DATEV-Export kriegen. Das macht es einfacher. Vieles einfacher. Ja, so digital. Hervorragend, Mike Hever. Dann würde ich mal sagen, Attacke, Steuererklärung 2020. Meine Kollegen, übrigens, jedes Mal, wenn ich hier aus diesem Raum rausgehe, kriege ich Schläge von irgendwem, weil ich irgendwas verspreche. Aber wenn du alles fertig hast, schick uns das sehr gerne. Dann können wir 2020 angehen. Ja. Ich verspreche dir noch kein Datum, weil das kriege ich wieder Schläge. Ich möchte bitte auch, dass dann drunter steht, Mai Käfer, dass ich auch weiß, dass es von dir kommt. Wir können ja schauen, was von Lexia Financial Office gekommen ist. Ah, okay. Okay, ja, Mai Käfer, es kann sein, dass sie veraltet ist. Das liegt einfach daran, weil wir tatsächlich an allen Fronten versuchen, besser zu werden und schneller zu werden. Es kann gut sein, dass, wenn dir das vor zwei, drei Monaten gesagt wurde, dass das so gestimmt hat. Ja. Genau, ist aber quasi jetzt neu. Gut, Mai Käfer schreibt auch, nee, bitte noch warten bis Februar 2022. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist übrigens vielleicht gerade schon mal neu. Februar wurde gerade verlängert. Das habe ich gestern gelesen. Es ist nicht mehr der Februar und auch für alle, die es selber machen für dieses Jahr, sind ja ein paar dabei. Drei Monate mehr. Drei Monate mehr. Das heißt, wenn ihr eure Steuererklärung auch selber macht, auch für letztes Jahr, ist es nicht mehr Ende Juli, sondern für letztes Jahr, ist es Ende Oktober. Das heißt, 31.10. ist die offizielle Deadline. Das heißt, ihr müsst nicht euren Sommerurlaub dafür opfern, eure Steuererklärung selber zu machen. Und auch, wenn ihr einen Steuerberater habt, sprich, wenn ihr unsere Mandanten seid, dann haben wir für die 2020 Erklärung theoretisch bis Mai nächstes Jahr. Gut, wir haben etwas vorbereitet. Grundsätzlich unser Angebot. Unser Angebot. Was machen wir dann eigentlich? Eine auf selbstständige zugeschnittene digitale Steuerberatung. Genau. Das ist vielleicht auch noch interessant für generell alle, die auch die zuschauen in Zukunft. Wir sind wirklich ausschließlich für Selbstständige. Das ist sehr untypisch für Steuerberatung, dass sie nur eine bestimmte Zielgruppe haben. Wir haben einige hundert Mandanten. Wir haben aber keine GmbH. Wir haben keine OHG. Wir haben keine GbR. Wir haben all das alles nicht. Wir haben wirklich nur Solo-Selbstständige. Vielleicht eine Handvoll unserer Kunden haben Angestellte. Aber grundsätzlich zu 100% auf die konzentriert. Also, ich weiß ja jeder. Ihr seid ja alle selbstständig. Ihr wisst ja, wie es so ist, würde ich mal so sagen. Man hat so die Kunden, an denen man viel Geld verdient und dann hat man die kleineren Projekte. Und für viele Steuerberater, die verdienen halt Geld mit Beratung von irgendwelchen GmbHs oder Familienunternehmen, GmbH und KUKAGs und sowas. Und da sind so die Solo-Selbstständigen so die Lückenfüller-Kunden. Die macht man dann halt, wenn man dann mal zwischendrin Zeit hat und so. Und die fallen immer so ein bisschen hin und runter. Das war übrigens grundsätzlich beim Banking auch immer so. Geschäftskonten. Also, ich weiß noch, als ich mich selbstständig gemacht habe, war ich 17. Das war sowieso schon schwierig, weil ich kein Bankkonto aufmachen durfte, konnte. Das hat mein Papa dann für mich gemacht damals. Aber es ist unfassbar schwierig oder war schwierig als Solo-Selbstständiger ein ganz normales Guthabenkonto. Ich wollte keinen Kredit, ich wollte gar nichts. Ich wollte einfach nur ein Guthabenkonto. Das ist super schwierig gewesen. Das haben wir uns bei Contest auf die Fahnen geschrieben vor fünf, sechs Jahren. Und das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden, Gott sei Dank. Aber es gibt auch andere, die es einfacher machen. Das liegt nicht nur an uns. Aber Steuerberatung ist eigentlich ähnlich. Das ist so ein bisschen, wo die Solo-Selbstständigen nicht so gern gesehen sind, sondern eher die größeren Beratungsmandate, wo man halt einfach viele Stunden und mit hohen Stundensätzen abrechnen kann. Und auch der Kapazität wegen, also der Fachkräftemangel, das schlägt ja da auch zu. Genau. Und deswegen haben wir aber gesagt, okay, dann genehmen wir halt nur die. Sehen dann aber, dass es doch sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen gibt, die aber sehr homogen sind in der Gruppe. Also viele von euch beschäftigen sich mit Homeoffice, mit Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand. Die haben irgendwie Kfz-Kosten, wie kann ich das versteuern? Alle irgendwie digital unterwegs und haben irgendwelche Tools und kaufen müssen sich technisches Equipment wie ein Laptop und so weiter kaufen. Und überhaupt auch mal so Geschäftsmodelle wie Affiliate-Marketing, Influencer-Dasein, Dropshipping. Gut, das machen wir leider nicht, das ist E-Commerce. Aber überhaupt diese Modelle, diese, alle Berufe, die man seiner Oma nicht erklären kann. Das ist ein gutes Beispiel. Versteht deine Oma nicht, dann sind wir die Richtigen. Ja, so irgendwie schon. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein anderer Steuerberater versteht, nämlich auch nicht so besonders so. Ich möchte jetzt nicht nur auf die rumtreten, aber es gibt viele, viele gute Steuerberater, aber es ist halt schon ein strukturelles Problem und als einen Steuerberater zu finden, als Solo-Selbstständiger, ist gar nicht mal so einfach, wenn man nicht irgendwie sechsstellige Jahresumsätze macht. Deswegen gibt es die Kontistollberatungsgesellschaft, die das in Zukunft quasi macht. Die Absetzbarkeit von Ausgaben. Also man hat häufig Fragen, kann ich das absetzen oder nicht? Oder ist das für mich notwendig? Da können wir uns natürlich ganz genau dein Business angucken und dann mit dir beraten. Ja oder nein? Wir beraten dich halt zur Rechnungserstellung. Da gibt es ja auch so Herausforderungen, wenn man jetzt auch an Kunden im Ausland oder im EU-Ausland eben seine Rechnungen schreibt. Wie macht man das? Da helfen wir dir sehr, sehr gerne. Bewirtungskosten. Das nächste Thema, Anschaffung und Abschreibung von Anlagevermögen. Also wenn du selbstständig nutzbare Dinge, größere Dinge kaufst, wie funktioniert das? Was musst du beachten? Da sind wir auch für dich da. Wir haben einige Kameraleute. Es ist ja sowieso Wahnsinn, wie teuer Kameras sein können, aber da kann man tatsächlich auch sehr viel flexibel auch noch spielen, wie man abschreibt. Ich will Investitionsabzugsbetrag noch gar nicht erwähnen, aber das ist so für die Steuererklärungen, da kann man dann noch viel gestalten. Dazu habe ich übrigens ein Video auf diesem Kanal schon hochgeladen. Das heißt, wer es noch nicht gemacht hat, diesen Kanal abonnieren. Verpflegungspauschalen. Also jeder Selbstständige macht auch mal eine Reise, also eine betriebliche Reise zu einem Kunden irgendwo hin. Dort kann man Verpflegungspauschalen ansetzen. Machen nicht viele. Da können wir euch beratend auch sagen und auch zu euch hinweisen, ihr habt eine Reise gemacht, hier kannst du Verpflegungspauschalen ansetzen. Versteuerung von Firmenwagen. Da gibt es ja dann eben die Frage, was ist günstiger? Die Ein-Prozent-Regelung, das hat man schon öfter gehört. Oder eben das Fadenbuch. Da gucken wir uns dann ganz individuell an, wie ist euer Business aufgestellt und beraten euch dazu. Einkommensnachweise. Kommt ganz häufig von der Krankenkasse. Also das weiß ich auch, wie du sagst, jahrelang ist es Krankenkasse. Ganz schlimm ist, wenn man eine Wohnung sucht und der Vermieter will einen Einkommensnachweis. Gib mal die letzten drei. Also in Berlin ist ja so, wenn du eine Wohnung suchst, das ist ja, ob du Lotte spielst oder eine Wohnung suchst. Das ist so. Du gehst halt hin, da stehen hunderte Leute, du schmeißt so dein Zettelchen mit Bewerbung, schmeißt in so einen Karton und dann hoffst du, dass sich die Woche später jemand meldet. Ich hatte auf meiner Wohnungsbewerbung tatsächlich Bilder von mir und meinen Kindern. Das ist ein Vorteil. Das Problem ist tatsächlich, wenn man als Selbstständiger halt nicht die geforderten letzten drei Gehaltsnachweise, Gehaltsabrechnung nachhat, dann fliegt man eigentlich gleich raus und kommt nicht mehr in den Recall. Und wenn du da aber ein Dokument hast, was vom Steuerberater idealerweise so gestempelt ist, unser Steuerberater Juri, der ist super happy, dass er so einen runden Stempel jetzt hat. Der macht euch, wenn ihr sowas braucht, auch für Banken und Vermieter, auch für Visum braucht man das manchmal, Einkommensnachweis und so, dann kriegt ihr den schönen runden Stempel von Juri und dann habt ihr ein offizielles Dokument. Und das ist das, was auch Makler und Wohnungsgesellschaften so gerne haben. Und Krankenkasse, ja, die fragen sowieso einmal im Jahr mindestens nach. Verstanden. Maikäfer hat übrigens nochmal gefragt, bis wann müssen Gewerbe- und Umsatzsteuererklärungen für 2020 abgeschickt werden? Das verlängert sich genauso. Also alle Steuererklärungen bis Ende Oktober, letztes Jahr, wenn ihr selber macht, wenn ihr einen Steuerberater habt, sprich, wenn ihr uns gebucht habt, dann auch bei jedem anderen Steuerberater, das ist jetzt nichts, was wir als Exklusivrecht so verkaufen können, dann bis Ende Mai nächsten Jahres. Was immer passieren kann, wovon wir übrigens auch echt viele haben, sind die Leute, die noch nicht selbstständig sind. Gerade erst Anfang. Habe ich tatsächlich gerade direkt vor diesem Webinar erst ein Gespräch gehabt mit einer, die gesagt hat, ich war immer angestellt, aber irgendwie ist nicht meins, ich will jetzt irgendwas machen. Was muss ich denn machen? Da gibt es viele, viele Fragen und viele Sachen, die man irgendwie wissen sollte und so. Die häufigsten, einfach, ich kann es ja runterbeten, ist immer die Frage, bin ich freiberuflich oder gewerbetreibend? Das ist nicht immer so ganz trivial, auch gerade jetzt nur als Beispiel, vielleicht bist du ja da. Ich habe dir gerade am Telefon gesagt, du kannst gerne dazukommen. Wir haben gerade gesprochen, grundsätzlich bei Coaches beispielsweise ist häufig, es kann freiberuflich sein, es kann gewerblich sein und es ist nicht so ganz schwarz-weiß, einfach zu beantworten, da muss man immer mal gucken, dabei können wir gerne helfen. Diese ganze steuerliche Registrierung, das heißt, den Fragebogen zur steuerlichen Erfassung und wie man den ausfüllt, worauf man ihn ausfüllt, der ist ziemlich verwirrend, der ist lang, aber man lässt in der Regel 80 Prozent leer. Aber gerade das ist sehr verunsichert. Das traut man sich nicht. Dann gibt es da eine ganze Reihe an Dingen. Übrigens, das letzte Video auf diesem Kanal geht da drum, wie du dein Einkommen und deine Einnahmen im Fragebogen angibst. Auch das, wenn ihr gerade an dem Punkt seid, guckt euch gerne das Video an, wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, ruft halt einfach an. Und was viele Leute auch brauchen, haben wollen, ist eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, weil sie vielleicht Kunden im Ausland haben, aber auch ganz wichtig ist Umsatzsteuer-Identifikationsnummer, die ihr bitte angebt bei allen Online-Tools, bei denen ihr euch registriert, weil sonst diese Tools, und das ist so ein Praxistipp, weil ich das tatsächlich auch in der Buchhaltung regelmäßig sehe, wir arbeiten da gerade an den Umsatzsteuer-Voranmeldungen für Mai, nehme ich mal Zoom als Beispiel. Wenn ihr Zoom nutzt, Videokonferenz-Tool, um mit euren Kunden zu sprechen und bezahlt da im Monat 30, 40, 50 Euro und ihr meldet euch an, dann geht Zoom erstmal davon aus, dass ihr Endkunde seid und weist Umsatzsteuer aus. Diese Umsatzsteuer dürft ihr aber leider nicht gelten machen, weil, und jetzt wird es ein Nerd wissen, das ist ein B2B-Umsatz und in § 3a Absatz 2 müsste das stehen, ist gedefiniert, wo der Ort der Leistung eines B2B-Umsatzes ist und die Rechnungen, die Zoom euch da schickt, die sind falsch. Das heißt, ihr könnt diese Umsatzsteuer, die auf diesen Rechnungen steht, nicht gelten machen. Was ihr aber machen könnt, ist, ihr könnt in den Einstellungen von Zoom eure Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hinterlegen und dann kriegt ihr eine Rechnung ohne Umsatzsteuer und dann ist sie richtig und dann könnt ihr das richtig versteuern und alles gut. Und das gilt nicht nur für Zoom, das gilt für Zoom, Asana, Amazon sitzt im EU-Ausland, Facebook, Google sitzen im EU-Ausland. Mir fallen fast keine Tools ein, die nicht irgendwo im EU-Ausland, meistens in Luxemburg, Irland oder Zypern oder so sitzen. Deswegen Umsatzsteuer-Identifikationsnummer braucht ihr und müsst ihr bitte überall angeben, ganz häufig der App Store von Apple. Bitte zweiten Account da euch als Unternehmen registrieren. Als Unternehmen registrieren heißt immer, ihr setzt in den Einstellungen die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer an. Weil die Diskussion haben wir in der Buchhaltung häufig, weil diese Rechnungen halt alle falsch sind, wenn du es nicht gemacht hast. Ja, also wenn ihr Hilfe auch beim Beantragen braucht, schreibt uns. Ja, also das ist sowieso so ein Punkt, hatten wir jetzt ja eben schon auch genannt. Wie passiert denn das eigentlich? Wenn ich mich jetzt anmelde und jetzt für quasi, jetzt heute, wir haben den 1. Juni, das ist natürlich gerade praktisch, wenn du dich heute anmeldest, dann können wir ab heute loslegen. Aber grundsätzlich, wenn ich mich Mitte des Monats anmelde, die Frage bekomme ich auch tatsächlich häufig, wann ist denn der ideale Zeitpunkt, den Steuerberater zu wechseln? Oder wann geht was rüber? Was würdest du sagen? Also ja, also Mitte des Monats ist schon schwer. Ja genau, also wir machen es tatsächlich, wir müssen immer den ganzen Monat. Also das ist sowieso wichtig, eine Steuererklärung, die Frage habe ich, heute Morgen auch, ich habe heute mit viel mit Kunden geredet, der hat auch gesagt so, wie ist denn das, wenn ich im Oktober komme? Ich so, ja naja, eine Steuererklärung für Oktober, November, Dezember werden wir nicht machen. Wir müssen schon ein ganzes Jahr machen oder ein ganzes Jahr halt nicht machen. Und genauso ist mit der Buchhaltung auch. Das hängt ein bisschen davon ab, ob ihr monatlich oder quartalsweise eure Buchhaltung macht. Aber wir können nur einen ganzen Zeitraum machen. Wir können nicht, wenn ihr am, jetzt, was habe ich als Beispiel genommen, am 16. März dazukommt, dann können wir nicht vom 16. bis zum 31. März die Buchhaltung machen und für den 1. bis zum 15. nicht. Aber wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ihr quartalsweise eure Umsatzsteuer-Vormeldung machen müsst, dann können wir auch entweder den komplett das erste Quartal nehmen oder wir einigen uns gemeinsam darauf, dass wir komplett ab dem zweiten Quartal anfangen. Aber wir können nicht irgendwie in der Mitte irgendwas machen. Das ist immer relativ wichtig, dass wir das auch am Anfang wissen. Das heißt, wenn ihr jetzt neu dabei seid und wir das noch nicht wissen und darüber noch nicht geredet haben, solltet ihr das einmal angeben. Wenn wir die Info nicht haben, fangen wir einfach immer zum darauf folgenden Vor- und Meldezeitraum an. Das heißt, jetzt 16. März fangen wir halt im April dann an, beziehungsweise zweites Quartal. Gut, jetzt haben wir Juni, wenn ihr euch jetzt irgendwann in der Mitte des Mai angemeldet habt. Und das ist auch ganz wichtig, wenn ihr beispielsweise im Mai dazugekommen seid und jetzt nicht explizit gesagt habt, dass wir den Mai auch machen. müssen, dann fangen wir im Juni mit der Buchhaltung an. Das heißt, ihr kriegt im Juli die erste Umsatzsteuer-Voranmeldung. Das ist wichtig, wenn sie monatlich ist. Ja genau, wenn sie quartalsweise ist, dann fangen wir auch nicht im Juni an, sondern erst am 1.7. mit dem dritten Quartal. Außer, ihr wollt, dass es jetzt übergeht und wir übernehmen auch noch die Tage und Wochen vorher. Überhaupt kein Problem. Müsst ihr uns halt einfach nur sagen und dann kriegt ihr das auch noch. Aber das ist immer ganz wichtig, nicht nur wann wird was gemacht, sondern für welchen Zeitraum sollen wir was übernehmen. Das müssen wir unbedingt immer absprechen, das muss relativ klar sein. Fragen wir am Anfang auch immer, aber gerade, weil wir auch gerade alle New Joiner quasi eingeladen haben, wenn ihr darüber noch nicht gesprochen habt, dann wäre das ganz gut, wenn ihr uns die Info schickt, was wir denn genauer eigentlich machen sollen. Viel Text. Was ist eigentlich wichtig? Wichtig ist generell zu wissen, wir arbeiten grundsätzlich nicht, auch wenn wir vorhin gesagt haben, dass wir DATEV haben, wir arbeiten grundsätzlich nicht mit einem externen Buchhaltungsprogramm. Wir arbeiten mit der App, der Contest-App, produziert bei, weil wir sprechen ja als Contest-Steuerberatung, das ist auch wichtig zu wissen, Contest-Steuerberatung und die Contest-GmbH sind zwei Unternehmen, weil beides reguliert, Bankkonto und Steuerberatung, gibt es beides Vorschriften, was erfüllt werden muss. Und die Contest-GmbH produziert quasi die App, die bereitet die Daten so auf, dass die Contest-Steuerberatung damit gut die Buchhaltung erledigen kann. Das ist wichtig. Das heißt, die Software, mit der die Contest-Steuerberatung arbeitet, ist die Software, die die Contest-GmbH produziert und zur Verfügung stellt. Wir arbeiten nicht mit LexWare, DATEV, Agenda, alles was es halt so gibt. Machen wir, haben wir alles sowieso nicht, sondern nutzen quasi unser eigenes System. Was wir aber hinbekommen ist, und darüber haben wir ja gerade schon gesprochen, wir können schon Datenbestände, vorher elektronische Übergabe machen. Dafür haben wir intern halt jetzt DATEV als Zweitsystem, als Backup-System quasi angerichtet. Genau. Sodass du also die Buchhaltung nirgendwo anders machen musst. Das ist hier bei Contest sehr, sehr einfach in der App. An dieser Stelle auch ein Shoutout, weil ich habe noch dazu geschrieben, das Einzige, was ihr eigentlich braucht, ihr ladet einfach in laufender Zusammenarbeit, ladet ihr eure Rechnungen einfach in der Contest-App hoch. Das könnt ihr über die Smartphone-App machen, indem ihr halt einfach ein Foto macht oder so, oder das am Handy einfach hochladet. Aber ihr könnt auch euch natürlich über Contest.com über die Browser-Version einloggen und könnt das dann einfach auf den Desktop und schiebt das einfach da hin. Ich wäre riesengroßer Fan davon, wenn ihr das so zweimal im Monat vielleicht macht, einmal zur Mitte, einmal zur Ende des Monats. Weil dann sind wir auch super schnell. Ja. Ich habe gerade gesehen, wir haben den ersten. Wir haben aber diesen Monat schon, ich glaube, 1520 Umsatzsteuer-Vorenmeldungen raus für Mai. Das stimmt. Das ist richtig gerade. Das kriegen wir halt nur hin, wenn wir auch so schnell die ganzen Unterlagen haben. Das heißt, da hat sich irgendjemand am Wochenende hingesetzt, hat gesagt, na, mache ich mal eben fertig. Und dann sind wir genauso zack fertig gewesen. Ja, perfekt. Und so soll es eigentlich sein. Das Einzige, was ihr gebraucht habt bis jetzt, ist quasi ein Tool, mit dem ihr eure Rechnungen schreiben könnt. Aber auch das ist neu seit Mai. Seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, wir haben jetzt die Möglichkeit, kannst du über die Browser-Version von Contest, kannst du Rechnungen schreiben. Das heißt, loggt euch halt einfach ein und probiert das einfach mal aus. Guckt euch das an. Ihr müsst sie ja im Zweifel nicht abschicken. Aber ihr braucht überhaupt kein fremdes, anderes Buchhaltungsprogramm mehr. Das ist fast dein Lieblingsthema. Was mache ich denn? Wie organisiere ich denn meine Finanzen? Ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist eine ganz klare Trennung zwischen privat und geschäftlichen Ausgaben. Dass das Contest-Konto wirklich nur für die geschäftlichen Ausgaben benutzt wird. Also alle betrieblichen Einnahmen und Ausgaben und auch Ausgaben, die nur zum Teil geschäftlich sind. Also Handyverträge sind das Beste. Das gehört auch auf das Contest-Konto. Eine Ausnahme machen wir an der Stelle halt für die Mietzahlungen, also für dein Homeoffice. Das läuft über das Private, ansonsten wirklich alles über das Contest-Konto. Es ist halt einfach gut, noch ein privates Konto daneben zu haben. Und dann empfehle ich immer sowas zu sagen, okay, zahl dir halt ein Gehalt aus. Dann hast du es auf deinem Privatkonto, dass man wirklich auf dem Contest schön alle betrieblichen Sachen abwählen kann. Einer der Mythen überhaupt ist übrigens, dass Steuern anfallen, wenn ich mir Geld, also ein Gehalt auszahle. Stimmt. Das habe ich so oft gehört schon. Ich weiß nicht genau, woher das kommt. Aber die gute Nachricht ist, es stimmt halt einfach nicht. Also du kannst hier, ohne dass sich an deiner Steuersituation was verändert, so oft Geld hin und her überweisen. Also wenn du es dreimal täglich machst, dann kriegst du irgendwann Ärger mit uns, weil wir das alles buchen müssen. Aber mit dem Finanzamt wirst du niemals Probleme haben. Also du kannst dir so viel Geld von deinem Privatkonto aufs Geschäftskonto hin und her überweisen. Ich gehe stark davon aus, das kommt daher, dass die Leute das, also lesen irgendwo. Und das bezieht sich halt immer auf GmbHs, also auf Kapitalgesellschaften. Da darfst du es nicht, weil dann ist es immer eine Gewinnausschüttung oder eine Gehaltszahlung. Ich erkläre dir immer gerne meinen Hosentaschenprinzip. Kennst du meinen Hosentaschenprinzip schon? Da hat selbst meine Azubine noch drüber gesprochen. Ich erzähle dir immer gerne, der Solo-Selbstständige hat halt zwei Hosentaschen, eine private und eine betriebliche. Und da kann er halt das Geld hin und her holen. Also sozusagen von deinem betrieblichen Konto, von der betrieblichen Hosentasche. Etwas privat. Sollen wir ja nicht bezahlen. Aber wenn wir es privat bezahlen, dann könnte man das dann in die private Hosentasche wieder zurückpacken. Manchmal geht es auch nicht ganz ohne. Aber ich glaube, das kommt vielleicht auch von der nächsten Folie. Genau. Was ist, wenn ich in einem Restaurant sitze? Ist ja Gott sei Dank wieder offen alles. Was ist, wenn ich jetzt ein Geschäftsessen habe? Jetzt, wo es endlich wieder geht, kann ich doch endlich meine Bewirtungskosten haben. Und lass mich raten, deine Karte funktioniert nicht. Die funktionieren nicht. Vor allen Dingen in Berlin kann ich nirgendwo mit Karte bezahlen. Ja, dann gibt es einen ganz einfachen Trick. Du überweist dir von deinem Kontoskonto den Betrag auf dein Privatkonto. Damit generierst du sozusagen eine Transaktion, in der du ein Beleg packen kannst. Kann natürlich immer mal sein, wenn ich jetzt bei Rewe nach Kasse stehe, ich habe zwei Karten für mein Privatkonto und die Kontoskarte. Die Kontoskarte funktioniert selbstverständlich, aber das Privatkonto halt nicht. Und ich muss die Kontoskarte nutzen. Was mache ich denn dann? Ja, dann hast du das halt geschäftlich verauslagt. Dann haben wir wieder unser Hosentaschenprinzip. Dann hast du sozusagen mal dein Geschäft hat sozusagen gerade ausgegeben. und dann überweist du von deinem Privatkonto Geld auf dein Geschäftskonto und leistest damit im Endeffekt wieder aus. Ihr könnt auch, also alle, die das Bankkonto von Kontos schon länger nutzen, ihr könnt in der Transaktion auch direkt quasi reingehen und anklicken. Okay, das war privat. Ist quasi für euch die Info. Ihr müsst uns jetzt keine E-Mail schreiben und sagen, ah, guck mal hier, Rewe war privat. Wir haben interne Statistiken, welche Ausgaben wie oft privat sind. Rewe kann auch betrieblich mal sein, aber ich kenne keine genaue Prozentsaal, aber deutlich über 95% der Rewe-Ausgaben sind doch eher privat. Also die Auswertung haben wir, ist ganz interessant. Aber ihr könnt in der Kontos App bei einer Transaktion, wenn das mal nicht anders ging, markiert es einfach als privat, dann wissen wir, dass es privat ist. Und dann müsst ihr uns auch keine einzelne Nachricht schicken, also könnt ihr einfach anklicken. Was wichtig ist. Kein zweites Geschäftskonto. Genau. Wichtig ist aber dafür, dass du quasi dich in unserer Infrastruktur bewegst. Das heißt, wenn du jetzt ein zweites Bankkonto hast oder auch ein Paypal-Konto hast, was so wie ein Bankkonto, also so rein-raus-Transaktionen hast und so, das ist alles schwierig. Auch so Kreditkarten, die einmal im Monat, denn aber zwei Monate versetzt alles in einer Summe abbuchen, alles ganz schwierig und bitte nicht benutzen, weil das einfach auch für euch die Übersicht in euren Finanzen erheblich verschwert, weil ihr immer nur einen sehr, sehr zeitversetzten Überblick habt. Und genau, da haben wir einen großen Struggle mit der Steuer, die dann pünktlich und so zu machen und so. Das heißt, wenn ihr einfach alles über Kontos laufen lasst, wenn euch da noch was fehlt, meldet euch. Wir brauchen zu jeder Transaktion einen Beleg, definitiv. Keine Buchung ohne Beleg, das habe ich schon in der Ausbildung gelernt. Das ist so, was vielleicht noch wichtig ist, das hat sich auch noch nicht bei allen, gerade insbesondere bei den Kunden, die schon ein bisschen länger da sind, also die Mandanten, die schon länger uns beauftragt haben. Schön, dass ihr schon so lange dabei seid. Wir haben seit Januar, Februar, März irgendwann die Möglichkeit, dass ihr wirklich an jede Transaktion in Kontos uns die Belege hochladen könnt. Das heißt, ihr braucht keine große Sammel-E-Mail machen oder so, ladet die einfach direkt in der App hoch. Bitte da, bitte auch nur da, auch wenn ihr vorher Debitor, Fastbill, LexOffice, Safdesk, Papierkram, Fibro gratis. Viele Sachen. Ich war eine Weile in dem Markt. Wenn ihr da irgendwelche, wenn ihr das alles vorher benutzt habt, ist fein, braucht ihr alles nicht mehr, könnt alles über die Kontos machen, ladet einfach eure Rechnungen da hoch, was noch nicht alle gesehen haben, ihr müsst das nicht alles am Handy machen. Ich verstehe das. Ich selbst würde auch keine 20 Belege im Monat über das Handy irgendwie E-Mail runterladen und dann hochladen, wenn wir zu viel mit arbeiten. Ihr könnt es aber ganz normal über eine Browser-Version machen. Also ich persönlich gehe einfach eigentlich immer in meinen E-Mail-Inbox, lad die ganzen Dinge runter, mache einmal Kontos auf, lade das alles hoch und dann ist erledigt. Und mehr müsst ihr auch nicht machen. Den Rest erledigen komplett wir. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, habt ihr es noch nicht gesehen, ihr könnt in der App quasi, könnt ihr kategorisieren, aber ihr seht quasi in Echtzeit auch, wann wir quasi was gemacht haben. Das heißt, ihr könnt quasi uns in Echtzeit über die Schulter schauen und zwar, indem ihr in eure Kontos-App geht, in eine Transaktion seht, dann seht ihr immer Verified by Contos Steuerservice. Das heißt immer, dass quasi dein Buchhalter gerade in dieser Transaktion schon gearbeitet hat und ihn kategorisiert hat. Das heißt, du siehst dann auch nicht nur sowas wie Geschäftsausgabe 19%, sondern du siehst zum Beispiel Bürokosten 19% oder Werbekosten. Das ist das, was du quasi siehst, das kannst du auch selber nicht auswählen, das kannst du aber in Echtzeit sehen. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen würden, was ich nicht mache, weil dann seht ihr unsere Kundendaten, aber ich könnte jetzt ins System gehen, jetzt buchen und du würdest das, wenn es deine Buchhaltung ist, würdest du das in der gleichen Sekunde, du musst einmal refreshen in der App, dann siehst du es quasi. Das heißt, wir sind in Echtzeit. Und andersrum eben, das ist so der wichtige Punkt, wenn du dazu Fragen hast oder wenn du auch was kategorisierst oder so, sehen wir das in Echtzeit auch. Das heißt, wir kommunizieren wirklich komplett Echtzeit. Wenn du nämlich zum Beispiel was siehst, was wir gebucht haben und du sagst, das stimmt ja gar nicht, war ja privat. Ich habe ja meine Mama besucht, war gar keine geschäftliche Fahrt. Kannst du uns in der App schreiben und du kannst aber auch, wie habe ich vorhin gesagt, wenn du private Transaktionen doch mal haben solltest, markier sie als Privat, dann sehen wir es nämlich, dass du sie als Privat markiert hast und dann müssen wir das Gespräch gar nicht erst finden, dann wissen wir von vornherein, okay, das war jetzt privat. Schön, dazu gibt es tatsächlich eine Frage, aber ich kann die Kategorie nicht mehr ändern, wenn sie falsch kategorisiert wurde von unserem Buchhalter. Also ich möchte sagen, das kann vorkommen. Das liegt nicht daran, dass sie doof sind, ausdrücklich nicht. Sehr kompetente Leute sitzen da. Das liegt insbesondere daran, weil du nicht jede Transaktion, also manchmal musst du Kontext zu einer Transaktion kennen und auch hier würde ich immer erstmal nochmal beruhigen, wir haben immer eine vier Augenkontrolle, das heißt, es wird immer einmal gebucht und es guckt auch immer nochmal ein sehr, sehr erfahrener Steuermensch drüber und macht quasi den finalen Qualitätscheck. Was ihr immer machen könnt, wenn was falsch ist, dass ihr eine Nachricht schreibt, das könnt ihr direkt in der Transaktion, ich glaube rechts, also bei Android ist es glaube ich rechts unten, dann könnt ihr da einfach schreiben und schreibt einfach. A-Transaktion, XY-Abbuchung, Datum müsste eigentlich so sein oder warum ist das so? Könnt ihr auch Fragen stellen, wenn ihr Inhaltlich nicht versteht, warum wir irgendwas gemacht haben. Grundlagensteuerrecht. Wann machen wir denn eigentlich so die Voranmeldung? Die Grundregel ist immer, innerhalb von zehn Tagen muss eine Umsatzsteuervoranmeldung gemacht werden. Das ist in diesem Monat, müsste nächste Woche Donnerstag sein. Das heißt, am 10.6. muss die Umsatzsteuervoranmeldung abgegeben werden für den Mai. Alle, die irgendwann mal was gehört haben mit Dauerfristverlängerung und hier Verlängerung der Fristen und so. Das ist für euch finanziell nicht besser, weil ihr müsst eine Sondervorauszahlung leisten, um das zu machen. Ihr verschiebt eigentlich eure Arbeit nur einen nach hinten. Deswegen gibt es keine Dauerfristverlängerung mit uns und bei uns, weil wollen wir nicht Ja, kauft ein bisschen Zeit. Dadurch, dass wir in Echtzeit arbeiten und in Echtzeit die Unterlagen haben, wir sehen die Umsätze vom 1. Mai ja nicht, wie du sagst, erst am 6. Juni, sondern halt am 1. Mai. Das heißt, wir können halt laufend immer schon dran arbeiten und machen das auch. Und deswegen brauchen wir diese Dauerfristverlängerung halt einfach nicht, weil wir das in Echtzeit machen wollen. Und wichtig ist, bis wann muss ich denn dann bezahlen? Ich glaube, da kommt auch noch mal irgendwas. Wenn ich jetzt am 10. eine Umsatzsteuervoranmeldung mache? Die ist zum 10. fällig, ja. Also das ist auch am gleichen Tag so. Aber es gibt so eine Schonfrist, nennt sich die. Ja. Drei Tage. Also die Regel besagt tatsächlich immer, das Geld muss auf dem Konto des Finanzamtes sein. Aber da gibt es genau die Schonfrist, das sind drei Tage. Nächste Woche Donnerstag ist der 10. Das heißt, ihr habt eine Schonfrist von drei Tagen. Das heißt, die Umsatzsteuervoranmeldung, die Vorauszahlung muss in der von drei Tagen, also spätestens drei Tage später gezahlt sein. Das ist dann Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das gilt natürlich nicht der Sonntag, ist dann der Montag danach. Dann muss das Geld, also im Juni jetzt bis zum 14. Juni muss dann das Geld für die Umsatzsteuervoranmeldung auf dem Konto von dem Finanzamt sein. Ja. Ausnahme ist, und das würde ich euch empfehlen, und auch wenn ihr Mandanten seid, schreibt uns bitte gerne, so eine Lastschriftverfahren beim Finanzamt ist so entspannend, weil ihr einfach gar nichts machen müsst. Und selbst wenn das Finanzamt erst am 20. abruft oder am 25. Also ihr habt nie Probleme, weil Definition sagt, wenn ihr ein Lastschriftmandat hinterlegt habt beim Finanzamt, seid ihr immer pünktlich. Ist eigentlich perfekt. Also sowas bräuchte ich im echten Leben, so einen Vertrag, wo ich den nicht unterschreibe und dadurch bin ich immer pünktlich in jedem Meeting, egal ob ich tatsächlich zu spät war oder nicht. Aber das ist tatsächlich Lastschrift, bereiten wir sehr gerne auch vor für alle. Wir können es leider nicht komplett für euch machen, weil ich brauche leider eine Unterschrift von euch. Original-Unterschrift ist super ätzend, also deswegen in vielen Bundesländern muss tatsächlich Papier durch die Welt geschickt werden, aber wir können euch helfen, bereiten euch das soweit vor. Wir kennen ja quasi alles von euch. Wir bereiten das gerne vor, reichen das gerne ein und dann müsst ihr eigentlich gar nichts mehr machen. Wir bereiten das vor. Ihr seht in Echtzeit ja in der Umsatzsteuer-Bucket in der Contest-App, wie viel ungefähr zu zahlen ist. Die exakten Betrag auf den Cent bekommt ihr von uns dann mitgeteilt, pünktlich. Und wenn ihr eine Lastschrift habt, dann bucht das Finanzamt dann ab und dann ist gut. Ihr könnt natürlich in Echtzeit immer reingucken. Ihr könnt auch jetzt, probiert es gerne aus, macht eure Contest-App auf, guckt euch mal eine Transaktion vor einer Woche an, guckt an, ob sie schon kategorisiert worden ist, dann seht ihr mal in diesem Badge, Verified by Contest-Steuerservice. Wird jetzt noch nicht bei allen der Fall sein, aber sind wir halt dran, dass das jetzt zeitnah passiert. Genau, auch wichtiger Punkt, betriebswirtschaftliche Auswertungen, Einkommensnachweise, all so Zeugs. Hatten wir vorhin schon, ne? Hatten wir vorhin schon. Viele erwarten das auch so sofort, so in der App. Daran arbeiten wir auch noch, wird auch noch kommen, dass ihr quasi wie so Kontoauszüge dann so ein einst eigenes Dashboard sieht. Ich habe tatsächlich schon die Design und die Entwürfe gesehen, wie das aussieht. Das heißt, ihr habt einen eigenen Bereich dann quasi, wo ihr, also euer Cockpit, seht ihr euren Umsatz, seht ihr eure ganzen monatlichen Auswertungen und solche Sachen, braucht noch ein bisschen. Aber wir erstellen euch das, wenn ihr das haben wollt und braucht, das kostet auch nicht extra und gar nichts. Schreibt uns einfach, wenn ihr da was braucht, schicken wir euch zu, brauchen irgendwie ein, zwei, drei Tage. Kommt vor allem auch noch nicht frei, wenn ihr Freitagabend schreibt, werden wir es am Samstag noch nicht hinbekommen haben, aber nee, wir sind da relativ zügig. Also wir haben da zwei Mitarbeiter, die machen jetzt natürlich auch andere Sachen, aber die arbeiten in der Buchhaltung, aber die haben, brechen die Rekorde in der Geschwindigkeit des BWAs verschicken. Verteile gerne immer den Tokal der Rakete. Und Alex schreibt, Grüße, Grüße zurück. Könnt ihr mal ein Prüfungsszenario durchspielen? Läuft das aktuell nur noch digital? Wenn nicht, dann kommt der Prüfer zu mir oder bekommt er dann Contest-Login? Oder fange ich dann am schönen klassisch alle Belege auszudrücken für die nette Person, damit er Papier zum Blättern hat? Also ganz ernst. Naja, wenn wir ihn quälen wollen, dann drücken wir vielleicht. Nein, weißt du schon, also ein paar Prüfungen haben wir schon mit begleitet? Weißt du, wie wir es gemacht haben? Dann gibt es sozusagen unsere digitale Auswertung für den Prüfer. Es waren tatsächlich immer Prüfungen noch in einem Zeitraum, wo sie vorher nicht bei Contest waren. Das heißt, da waren natürlich noch Papierbelege, da eine Prüfung, wo derjenige in dem Zeitraum der Prüfung bei Contest war, gab es etwa noch nicht. Ja, also wir würden auch so generell, also erstens, es läuft, also es kommt auf den Prüfer tatsächlich drauf an. Es kommt auf das Finanzamt an, es kommt auf den Prüfer an. Es kommt, generell kommt es drauf an, wie der so drauf ist. Es gibt sehr unterschiedliche Generationen an Prüfer. Es gibt auch Motivationen, unterschiedliche Motivationen von Prüfern. Ich will nicht ausschließen, dass einige Finanzamtprüfer gerne zu so einer Prüfung fahren und gerne zum Mandanten hingehen wollen, weil das Büro so langweilig geworden ist und auswärts mal einen Kaffee zu trinken und vielleicht nur bis 15 Uhr zu arbeiten und dann Feierabend zu machen, auch mal ganz nett ist. Ich möchte keinen Betriebsprüfer jeweils unterstellen. Zu dir sollte er sowieso nie kommen. Entweder läuft das digital, der Prüfer sitzt im Finanzamt, kriegt von uns die Unterlagen zur Verfügung gestellt. Übrigens nicht den Login zu Kontist, der kriegt die Buchhaltungsdaten geliefert, aber er kriegt keinen Zugriff auf dein Konto oder so. Das heißt, er kriegt die Unterlagen, die er dann angefragt hat, kriegt er dann zur Verfügung gestellt, digital. Die Konten. Ja, eben, es sind die Buchungskonten. Es ist in dem Fall genau die Elsterkategorien, die Auswertung und ihn interessiert die BWA. Manchmal will er noch die Rechnung dazu sehen, aber auch nur stichpunktartig, meiner Erfahrung nach. Dann kommt am Jahresende die Steuererklärungen und das machen wir einmal im Jahr. Bei uns heißt das Team tatsächlich Yeli, weil die machen halt einmal im Jahr den Job. Gucken wir euch sozusagen insgesamt einmal im Jahr an. Erstellen dann die EUR, die Einnahmenüberschussrechnung und dann eben, die fließen dann die Einkommenssteuererklärung mit ein und dann eben auch die zusätzlichen Steuererklärungen, also Umsatzsteuererklärung definitiv und gegebenenfalls auch die Gewerbesteuererklärung. Diese Tätigkeiten, die einmal im Jahr kommen, sind ganz dieses Abschreiben von Anlagevermögen, Berücksichtigung von deinem Homeoffice, deinem Büro, die Berücksichtigung von Verpflichtungskosten, Mehraufwendungen. Das machen wir auch einmal im Jahr. Wenn jetzt doch da mal irgendwie Barausgaben waren oder doch irgendwas mal extra gewesen ist, beziehungsweise hier an der Stelle eben auch Monate von vor konntest, müssen ja dann auch mit berücksichtigt werden und Anpassungen bei der Berücksichtigung des Firmenwagens. Ja, da schaut man dann schon nochmal, ist das Fahrtenbuch ordentlich geführt worden oder die Einprozentregel. Das sind so Dinge, die einmal im Jahr dann stattfinden. Einfach so zur Info, wie ist denn so der Ablauf? Wir haben ja erst die Buchhaltung. Der Abschluss der Buchhaltung ist quasi die Einnahmenüberschussrechnung. Wenn wir die haben, dann haben wir quasi den komplett finalen, fertigen Gewinn. Das ist quasi eine Anlage, die man auch hat in einer Einnahmenüberschussrechnung. Aber aufbauen auf diesen Gewinn wird zum Beispiel auch die Gewerbesteuererklärung erstellt, weil die basiert auch auf dem Gewinn. Umsatzsteuererklärung machen wir Deckel drauf. Das heißt, die beiden gewerblichen Steuererklärung, Gewerbesteuer und Umsatzsteuererklärung. Auch, was ich gebetsmühlenartig wiederhole, Kleinunternehmer müssen übrigens auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Das machen wir also auch für die Kleinunternehmer, auch wenn sie nichts mit Umsatzsteuer sonst am Hut haben. Aber du musst deine Umsätze einmal erklären, sonst weiß das Finanzamt nämlich nicht, wann du aus der Kleinunternehmerregelung rausfällst, wenn du es denen nie sagst. Eben, und dann kommt die Einkommenssteuererklärung, die darauf aufbaut quasi. Diese Kosten sind in der monatlichen Pauschale enthalten. Genau. Das ist häufig bei Klass, ich will mal sagen, es ist unüblich bei Steuerberatern, dass man eine Pauschale für alles quasi hat. Man zahlt zwar irgendwie Abschläge, meistens aber halt für die monatlichen Tätigkeiten, für die Buchhaltung und sowas. Und dann hat man am Jahresende nochmal so eine Gesamtabschlussrechnung, wo man dann nochmal eine hohe Nachabschluszahlung zahlt. Gibt es bei uns nicht, ich kann jetzt nicht sagen, nicht immer, weil es gibt ein paar Ausnahmen. Und wir können nicht alles 100% immer inklusive machen. Aber die Preise sind schon so kalkuliert, dass es für 80-90% der Kunden absolut keine separate Extra-Rechnung für irgendwas gibt. Und was vor allem auch wichtig ist, wir überraschen dich nicht mit irgendwelchen Kosten. Das heißt, wenn irgendwas extra kostet, werden wir es dir halt vorher sagen. Dann kannst du immer noch sagen, ja, will ich, will ich nicht und so weiter. Und dann machen wir es halt einfach. Betrifft insbesondere alle weiteren Einkunftsarten, da müssen wir immer schauen. Das heißt, wenn du jetzt noch angestellt bist, wenn du Vermietungen irgendwann irgendwie hast, wenn du einen Forstbetrieb hast, wenn du, was gibt es denn sonst noch, Kunstgegenstände handelst, wenn du irgendwelche Renten hast, die du noch irgendwo bekommst. Also was, das kann zum Teil sehr aufwendig sein. Und das führt teilweise zu echt separaten Extra-Kosten. Kapitaleinkünfte. Kapitaleinkünfte ist ja sowieso so ein Special-Ding, weil Kapitaleinkünfte natürlich nur dann, wenn du sie in der Einkommenssteuererklärung einbringst. Weil bei Kapitaleinkünften ist es ganz häufig so, dass du da so eine Kapitalertragssteuer gezahlt hast. Mit der kannst du fein sein. Das heißt, wenn du, nur ein Beispiel zu sagen, hast du super viele Zinseinnahmen, verdienst 50.000 Euro im Jahr an Zinsen, dann herzlichen Glückwunsch erst mal. Zweiter Punkt hat die Bank dann ja schon 25% Steuern einbehalten. Das heißt, die hat 12.500 Euro an Steuern einbehalten. Und du kannst theoretisch überlegen, erkläre ich diese 50.000 Euro Einkommen noch mal in meiner Steuererklärung und nehme diese 12.500 Euro, rechne ich die in meiner Steuererklärung mit an. Dann haben wir da noch mal extra Arbeit. Du kannst aber auch sagen, nö, lasse ich, ist super gut, bleiben wir so. Das heißt, diese Kapitalertragssteuer hat abgeltenden Charakter. Deswegen heißt sie Abgeltungssteuer. Wahnsinn, ey. Ja, ist richtig. Manchmal, ja genau, Abgeltungssteuer, das ist quasi abgegolten damit. Ergibt natürlich immer Sinn, das so zu lassen, wenn dein persönlicher privater Steuersatz über 25% liegt, weil dann ist das günstiger. Wenn der unter 25% liegt, dann solltest du das idealerweise in der Steuererklärung reinpacken, weil dann hast du eigentlich zu viel Steuern gezahlt. Hey, ich habe beim Finanzamt eine Vollmacht für euch hinterlegt, mache aber die Steuer für 2020 noch selbst. Was passiert, wenn es vom Finanzamt noch Rückfragen gibt, beziehungsweise wie bekomme ich dann den Steuerbescheid? Über uns. Denn zur Vollmacht gibt es meistens auch eine, wie heißt die? Empfangsvollmacht. Das heißt, die Briefe kommen zuerst zu uns. Es ist natürlich grundsätzlich gut, dass wir als erstes reagieren können. Macht ja keinen Sinn, wenn du erst die Briefe kriegst und dann dich erschreckst und sie dann an uns weiterleitest. In dem Fall machst du halt 2020, aber wir kriegen dann die Bescheide. Und geben sie dir weiter, du musst sie dann prüfen. Ja, genau. Also wenn du 2020 machst, landet das alles bei uns. Du kriegst das aber direkt auch. Das ist übrigens in diesem wunderschönen neuen Steuerdashboard, was kommen wird, hast du auch deine ganzen Steuerbescheide in Zukunft. Alles schön. Wie gesagt, das ist leider noch nicht live. Ich habe es schon gesehen, sieht gut aus. Aber wir geben dir halt sofort den Steuerbescheid. Das heißt, du kriegst einfach eine E-Mail von uns mit PDF. Hier, deinen Steuerbescheid haben wir nicht gemacht. Schau rüber. Wenn du denn noch Fragen hast oder Abweichungen hast oder so, ruf uns an. Also da helfen wir dir für 20 auch, auch wenn du da irgendwas komplett gar nicht verstehst oder brauchst Diskussionsunterstützung, brauchst Meinungsverstärker, brauchst Richtung Finanzamt, dann kannst du uns natürlich fragen. Aber du kriegst von uns einfach eine E-Mail mit PDF-Anhang. Mein alter Steuerberater sagt ja immer, alles in Papier im Keller 10 Jahre. Hoffentlich ist der Keller trocken. Kann man machen. Kann man. Ist denn halt nicht so geil. Also reicht vollkommen auch. Wie gesagt, du musst Originalbelege aufbewahren. Alexander, das kannst du ja am ehesten sagen. Wie viel Papier bekommst du denn noch von deinen Kunden? Ich habe ganz ehrlich, wie gesagt, bin auch immer noch selbstständig. War bis letztes Jahr auch noch selbstständig. Ich musste jetzt aufhören für Contest, leider. Ich habe gesamt letztes Jahr, habe ich genau 10 Papierrechnungen bekommen. Und zwar von einem einzigen Dienstleister. Ich habe mir Mitte des Jahres überlegt, alle Leute, die mir Papier schicken, bezahle ich grundsätzlich einfach zwei Wochen zu spät. Und auch immer mit der gleichen Ausrede, ach sorry, das war ja Papier. Oh, Entschuldigung, das ist voll durchgerutscht. Das ist so unüblich bei mir. Wenn ich das in PDF bekomme, dann geht es bestimmt nächstes Mal schneller. Hat er nicht geschafft. Aber das ist keine Handlungsempfehlung. Das ist meine private Lebenserfahrung, wie ich damit umgehe. Ich bekomme halt einfach kein Papier. Und wenn ich kein Papier von meinen Kunden bekomme, gibt es absolut keinen Grund, das alles auszudrucken und dann in Papier in den feuchten Keller zu legen. Nein. Wenn es schon digital ist, dann lass es digital, definitiv. Wobei wir deine Mitarbeit benötigen. Das gilt für die, die jetzt neu dazugekommen sind. Die, die jetzt schon seit ein paar Wochen, Monaten dabei sind. Das heißt, Alexander, wir reden jetzt über deine kommende Woche. Ich bin nicht aufdringlich oder so. Wir brauchen deinen letzten Einkommenssteuerbescheid. Der ist mir ganz wichtig. Da haben wir so viele Daten drauf. Da können wir so viel schon sehen. Ja, das ist mir ganz wichtig. Ja. Wichtig, wir brauchen einen Steuerberaterzugang zu deiner Buchhaltung. LexOffice, Debitor, Papierkram, Zeftes. Wie auch, da habe ich vorhin schon alle aufgezählt. Das gerne auch. LexWare Financial Office. LexWare Financial Office. Zugang, also wenn es möglich ist, einen Steuerberaterzugang zu haben, gefällt mir super gut. Dann können wir einfach, wenn ihr jetzt schon in der Cloud arbeitet, einfach Zugang geben. Ansonsten brauchen wir einen Datenexport. Wir brauchen unbedingt auch die Daten der früheren Bankkonten für das laufende Jahr oder für die Jahre, für die wir tätig werden sollen. Wenn du jetzt gerade neu kommst und 20 machst du selber, ist alles fein. Dann brauchen wir 20 natürlich nicht. Aber für 21 brauchen wir natürlich für jetzt Januar bis Ende Mai. Quasi für alles andere und separate brauchen wir natürlich auch alles. Genau. Und dann auch die Buchhaltungsdaten von deinem bisherigen Steuerberater. Da muss man natürlich dann noch ein bisschen klären, wer macht dann jetzt was. Da hatten wir vorhin ja die Sache mit den Quartalsweise-Umsatzsteuervormeldungen oder monatlichen Umsatzsteuervormeldungen und wer ist für was dann noch zuständig. Genau. Das machen wir aber übrigens. Haben wir auch ein paar Leute, die fühlen sich dann unangenehm, ihren Steuerberater zu kündigen. Wir spielen auch gerne für euch den Schlussmacher. Wenn ihr sagt, schwierig und so, könnt ihr das nicht untereinander und miteinander klären, wer was macht, machen wir gern. Können wir machen, ist auch nicht das Problem. Wichtig ist nur, du musst uns da schon explizit quasi mit beauftragen, weil wir können nicht einfach von uns aus Mandanten irgendwo anmelden, obwohl irgendwo noch ein anderer Steuerberater hinterlegt ist. Also wir können nicht alles machen, aber diesen ganzen Übergang können wir auch direkt klären. Also wir müssen nicht stille Post immer über dich spielen. Wir können das auch direkt besprechen. Unterlagen. Wir brauchen viele Unterlagen, insbesondere wichtig, wenn ihr neu dazukommt, aber dann auch zur ersten Steuererklärung. Das heißt, mit der ersten Steuererklärung fragen wir dann nochmal eine ganze Reihe an Informationen ab. Da kommen wir halt nicht drum herum, weil wir überhaupt erstmal alle, wir müssen euch erstmal kennenlernen. Das heißt, ja, so die ganzen Eckdaten, Stammdaten und so. Deswegen bin ich immer großer Fan oder auch du von dem letzten Steuerbescheid, weil da so wahnsinnig, da steht mehr drauf, als ihr erahnen könntet. Wir können euch 30, 40 Fragen stellen oder einfach den letzten Steuerbescheid bekommen und es ist für beide Seiten besser und einfacher, wenn wir diesen Steuerbescheid haben. Dann sparen wir uns alle eine halbe Stunde hin und her Gespräch, wo wir uns das alle einfach auch alleine holen können. Ja, Summen- und Seitenliste, BWA, letzte Steuererklärung. Also alles, was ihr eigentlich habt steuerlich. Also seht ihr jetzt da, ist die Liste, könnt ihr euch später nochmal angucken und so weiter. Auch fragt uns da im Zweifel nochmal, dann kriegt ihr die Liste auch nochmal zugeschickt, wenn ihr gerade neu reinkommt. Was brauchen wir denn eigentlich? Kommt denn da doch eine ganze Menge. Wichtig ist auch, das ist als News, das haben wir vorhin schon gesagt, wir haben jetzt Dativ, das heißt, sie können uns auch per Dativ-Übertrag quasi vorberater das geben. So in dieser Dativ-Welt können sie uns das übertragen. Daten aus den Vormonaten haben wir auch erzählt, so lange, sobald Steuerbescheid persönlich... Ah, das ist ganz wichtig. Was passiert denn eigentlich? Weil die Frage habe ich heute auch schon beantwortet. Wie läuft denn das eigentlich ab mit Vertretungsvollmacht und wer kriegt denn eigentlich was und so weiter? Wenn wir deine Steuernummer haben, den Einkaufssteuerbescheid oder eben deine Steuernummer, deine persönliche Steuer-ID, werden wir deine... Aber das geht doch jetzt digital mit der Vertretungsvollmacht. Genau, das ist so hervorragend. Also es gibt zwei Möglichkeiten für eine Vertretungsvollmacht. Und da muss ich eine kleine Geschichte zu erzählen. Wir versuchen ja alles digital zu machen, auch so von Prozessen und Arbeitsabläufen. Es gibt eine, auch für die Kunden, die jetzt seit ein paar Monaten dabei sind, ein paar von euch sind ja seit ein paar Monaten dabei, die haben ganz am Anfang nichts unterschrieben. Das heißt, sie haben keine Vollmacht quasi so unterschrieben. Warum? Weil Steuerberater, es gibt quasi so eine Datenbank, es gibt so eine Vollmachtsdatenbank, da können Steuerberater einfach eintragen, wenn sie denn nachweisen können, dass sie beauftragt worden sind natürlich, dann können sie ganz normal digital quasi die Vollmacht hinterlegen. Das Problem ist, die Finanzämter sind alle im Homeoffice und da gibt es keine Ahnung, einen zentralen Rechner und wir haben nicht eine deutsche Zentrale, wo alle Finanzämter sind, sondern ist jedes Finanzamt anders organisiert. Und nicht jedes Finanzamt ruft das regelmäßig ab. Das heißt, wir haben eine super tolle digitale Schnittstelle zum Finanzamt, dass sie wissen, dass wir theoretisch verantwortlich sind und sowas. Das dauert aber teilweise Wochen und jetzt mit Corona Monate, bis die überhaupt merken, dass wir dafür verantwortlich sind. Und das dauert ewig. Es gibt eine tolle digitale Schnittstelle, die funktioniert aber aufgrund der Prozesse in einigen Finanzämtern, also in einigen funktioniert es gut, aber nicht in allen, ist das jetzt so super ätzend. Wir wollten darauf bauen, haben gemerkt, ey, in der Theorie super, in der Praxis Katastrophe. Und deswegen wurde auch alle, die jetzt Kunden sind, quasi dazu aufgefordert, das in der App nochmal so zu unterschreiben. Ihr könnt das so in der App quasi einfach so mit dem Finger unterschreiben. Das ist auch für die, die noch keine Kunden sind. Das heißt, Alex, du kannst dann quasi die Vertretungsvollmacht in der App einfach so unterschreiben und wir übermitteln das dann im Finanzamt. Und das landet quasi im Finanzamt in einer anderen Inbox, so ähnlich wie die Papierposts und es wird einfach schneller bearbeitet. Das ist auch der Grund, warum alle Kunden, die schon länger dabei sind, noch nie was unterschreiben mussten und jetzt im Mai plötzlich dazu aufgefordert worden sind. Weil wir natürlich jetzt gesagt haben, okay, schön, dass es die digitale Schnittstelle gibt, die so Vollmachtsdatenbank gibt, aber in der Praxis funktioniert halt nicht, dann bauen wir das halt so, dass es schnell bearbeitet wird. Weil am Ende müssen wir pragmatisch sein. Es ist schön, dass es digitale Lösungen gibt. Wenn es in der Praxis nicht funktioniert, dann müssen wir halt praktisch sein. Aber das Einzige, was wir noch machen können, ist, dass wir jetzt kein Papier hin und her schicken, sondern dass ihr das in der App unterzeichnen könnt. Ihr findet das anschließend dann auch in der App. Könnt ihr das abrufen, quasi die Vollmacht, die ihr da habt. Und dadurch wird es schneller bearbeitet. Das ist aber auch der Grund, warum alle bestehenden Mandanten, das heißt, wenn ihr schon Monate dabei seid, warum ihr dann plötzlich nach einem halben Jahr plötzlich was unterschreiben musstet, was ihr ja vorher nie unterschreiben musstet. Ja, weil wir haben es halt digital in der Vollmachtsdatenbank hinterlegt. Hat in vielen Fällen auch funktioniert. In einigen halt leider nicht, weil das Finanzamt total immer noch nie abgerufen hat. Genau, was bedeutet das? Wir haben Empfangsvollmacht und Vertretungsvollmacht haben wir dann quasi. Einmal, dass wir halt alle Briefe bekommen, das hatten wir vorhin, dass sie dann direkt zu uns kommen. Das macht einfach mehr Sinn. Das ist nämlich auch dann wahrscheinlich die Nachfrage häufig gewesen, dass die Briefe trotzdem noch zum Mandanten gegangen sind und er uns dann gefragt hat, das wollen wir nicht. Genau, eigentlich habt ihr merkt, wir kriegen auch keine Bestätigung über diese Datenbank. Wir haben tatsächlich das immer nur bekommen, weil dann Schreiben doch noch woanders gelandet sind, als wir eigentlich gelanden sollten. Und dann eben die Vertretungsformat, dass wir dich gegenüber dem Finanzamt vertreten können, steuerlich, und dass wir deine Steuererklärung übermitteln dürfen, auf deine Fragen antworten dürfen, dass wir dich steuerlich vertreten dürfen. Genau. Fragen generell. Ich habe noch ein paar Fragen. Alex sagt, ja, ja, ich bin so gut wie überzeugt. Das ist schon mal ganz gut. Papiermenge ähnlich, auch nur maximal 20 pro Jahr, aber einfach im Windows-Ordner im PDS. Und auf externer Festplatte ablegen soll wohl nicht die Akzeptageablage des Finanzlands sein. Daher entspringt die Frage. Ja, weiß ich. Bei Festplatten gibt es grundsätzlich ein Problem. Es muss vor allen Dingen, es gibt mehrere Punkte. Du musst quasi im Originalformat, du brauchst manchmal so einen Prozess, wo du nachweisen, dokumentieren kannst, wie du etwas quasi digitalisiert hast, wenn es dann zu digitalisieren ist. Bei Festplatten gibt es ein ganz anderes Problem, und zwar muss es zehn Jahre alt abrufbar sein. Und da ist auch wichtig, und jetzt kommt richtig das Nerdwissen, zehn Jahre einfach ab heute reichen nicht. Weil zehn Jahre fangen erst an mit dem Ablauf des Jahres in dem Jahr, in dem die Steuererklärung für das entsprechende Veranlagungsjahr abgegeben wurde. Klingt kompliziert, ist auch kompliziert. Heißt, nur als Beispiel, wenn ihr jetzt dieses Jahr für 2019 eine Steuererklärung abgebt, dann fangen die zehn Jahre erst zu laufen an, wenn dieses Jahr vorbei ist. Das heißt, am 01.01.2022 fangen an, erst die zehn Jahre zu laufen für 2019. Was in der Praxis viel mehr als zehn Jahre sind, weil dann kann ich es erst entsorgen am 01.01.2033. 32. 32. Das heißt, das sind 13 Jahre, faktisch fast. Da muss man natürlich ein bisschen schauen, weil ganz ehrlich, versuch mal eine Festplatte von vor 13 Jahren wieder an deinen Laptop anzuschließen und zu lesen. Das ist tatsächlich ein großes Problem bei Festplatten, dass das halt nicht abrufbar ist. Aber natürlich werden, also wir updaten ja unsere Datenbanken immer. Die sind immer da. Wir sind ja auch aktuell immer. Und natürlich, wir lassen keine, wir gehen jetzt nicht hin, wie du gesagt hast, mit der Sparkasse, mit irgendeinem Mikrofilm, mit dem Trosor und so, machen wir halt alles nicht. Nett, danke, freue mich. Ich hoffe, das bezog sich auf den Kaffee. Mai Käfer, ihr habt mich voll motiviert. Ich lade jetzt noch schnell die Belege für Mai hoch. Über die Web-App natürlich. Mai Käfer, du bist mein Lieblingskunde. Sowieso schon, weil du in jedem Webinar bist. Jetzt aber noch mehr. Und ich, wenn ich endlich wüsste, wer du bist, dann würde ich auch garantiert dafür sorgen, dass du morgen frühvormittag noch deine Umsatzsteuer-Voranmeldung von Mai bekommst. Die mache ich selber noch. Alex hat gesagt, Janis hat mich schon angerufen, machen wir dann fertig. Hab zu viele Aufträge, Arbeit und zu wenig Zeit für die eigene Fibu. Perfekt. Alex, sehr schön. Janis, den sehe ich nicht, der sitzt aber so schräg gegenüber in dem Büro. Ich hoffe, du hast ihn lieb gegrüßt. Wenn das alles bei euch liegt, dann mache ich mir über die Speicherung halt keine Platte mehr. Das ist ein guter Deal. Aber auch wichtig für die, wir bewahren ja nicht die Unterlagen von vor fünf Jahren für dich auf. Deswegen, auf die musst du einmal achten. Das heißt, nach zehn Jahren kannst du dann alles vergessen. Bis dahin müsstest du für die Teile zumindest dir noch eine Platte machen. Was haltet ihr generell so vom Format? Was ich noch einblenden wollte, das wisst ihr natürlich alle, aber wollte ich trotzdem nochmal sagen, wenn ihr Fragen auch noch inhaltlich dazu habt, die ihr vielleicht nicht im Chat diskutieren wollt, ich meine, nicht jeder will jetzt hier seine Buchhaltung und Steuern und so weiter über den Chat klären. Ihr erreicht uns im Chat in der Contest-App Telefon von 19 bis 18 Uhr. Ehrlicherweise ist so, wir sind jeden Tag am Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr da, da erreicht ihr immer jemanden. Das heißt, jetzt heute leider nicht mehr, außer ihr sagt jetzt, oh, das ist so wahnsinnig dringend, wie Alex hat er gerade gesagt, mit Janis hat er gerade gesprochen. Oder ihr schickt uns einfach eine E-Mail an steuern-at-contest.com, wenn ihr steuerlich Fragen habt. Auch wenn ihr noch nicht Mandant seid, aber inhaltlich noch ein paar Fragen habt zu unserem Produkt und so was, da ist so, wie ihr uns quasi erreicht. Wenn ihr Ideen, Wünsche, sonst irgendwas habt, schreibt gerne uns Anregungen. Auch hier fläst jetzt noch in den Chat und so was. Ich gucke mir das anschließend sowieso immer alles nochmal durch. Ob da irgendwo inhaltliche Fragen sind, sollte heute aber nicht der Fall gewesen sein. Abonniert diesen Kanal jetzt idealerweise, weil wir haben jeden Dienstag Abend, Nachmittag, also jeden Dienstag um 17 Uhr haben wir ein Webinar. Nächstes Dienstag zerpflücken wir mal so eine Steuererklärung. Ich erkläre euch nicht unsere Arbeit, das wird nicht passieren. Was ich aber mal hingehe, sind so Dinge, die du vorher wissen könntest. Das heißt, was ist in dieser Steuererklärung für 2020 besonders? Welche Unterlagen brauchst du generell zusammensammeln? Manchmal weiß man es gar nicht, was man eigentlich alles so aufheben kann und ansetzen kann und wie das eigentlich alles ist und wie das aufgebaut ist, worauf ich achten muss, was auch an besonders ist. Mit Corona gab es ja so ein paar Besonderheiten. Eventuell, wenn du Kurzarbeit hattest, bestimmte Abschreibungsdinge sind neu und sowas. Dass ihr einfach informiert seid, dass ihr aber vor allen Dingen wisst, was alles so geht. Das zerpflücken wir nächste Woche Dienstag gemeinsam. Ich danke euch, wünsche euch einen grandiosen Abend und wir hören sehen, schreiben uns hoffentlich bald.